Hallo meine liebste Zuschauer und weiter geht's! Warte mal, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Letztendlich da... Ja, warte mal, dann muss ich hier... Gut, dann rennen wir erstmal hier unten rum. Ah, okay, gut. Und tschüss! Ach, da steht noch einer. Oh, tschüss! So, warte mal, wie geht's denn jetzt hier eigentlich weiter? Okay, warte mal. Das ist wieder so ein mörderlanger Weg da hinten. Okay, da hin, da hin, dann da hin und krabbeln. Krabbeln. Oh! Oh! Hm? Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignorier sie einfach. Manuel, aber recht hat sie ja, ne? Okay, warte mal. Lassen wir uns erstmal hier runter. Nein, 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 warum, wie, war was? Lassen wir uns zusammenbleiben. Beheilung, packt ihn! Holen wir ihn uns! Er hat zu viel Angst! Oh nein, oh nein, 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 nein! Wie ist das wirklich? Gut. Ja, ja, warte mal. Mal, ja, war super. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Ja, gut. Sein Leben gehört mir, Jede. Okay, okay, was hab ich jetzt gemacht? Echt, ich hasse dieses Spiel. Okay, ich werde wohl von hier aus... Kann ich da rüberspringen? Geht das nie, ne? Nee, Gott nicht. Was ist das? Oh, solche Überraschungseinkriffe, ich hasse das. Okay, aber wie komme ich jetzt hier zum Beispiel mal ran? Okay, hier ist es durch so eine... Neh mal an, durch so eine... Nein, doch, oder auch nicht. Ne, 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 ne. Ich dachte hier solche Wandlauf und dann... Ne, aber warte mal. Ähm... Aha! Ein alter Zeffo. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war. Okay, Zeffo-Arbeiter. Zeffo-Arbeiter. Der Leichnam eines Zeffoianischen Arbeiters, der beim Bau des Graus geholfen hatte. Okay, aber... Okay, da muss ich jetzt da... Ne, warte mal. Äh... Da, wo die Gelbe... Okay, gut. Ja, aber... Ja, Moment mal, wie komme ich... Ach so, ja, gut. Dann muss ich mich das hier interagieren und dann... Ja, da muss ich mich da... Ich muss mich da schnell ranhängen, oder? Genau so. Warte mal. Wo war jetzt eigentlich der imperiale Soldat? Ach, da. Ach, schuldigung, so ein blöder Flammenwerfer. Fützig, Alter. Versuch nicht zu fliehen! Okay, 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 gut. Ach, nein, nicht so ein... Nicht so eins. Ach, nein, nicht so eins. Ach, nein, nicht so eins. Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... gang wenn du auf diesen planeten nicht eingegriffen hättest ist das dem preis wert projekt borer soll teuer gewesen sein sturmtruppler und arbeiter verzichtbare ressourcen du bist ein monster dafür trägt sehr die schuld war aber das kann ich denn jetzt okay ich weiß dass sie irgendwie weg kriegen aber irgendwie muss ich da jetzt hier was machen ja aber wie und weiter und weiter und 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 ja ja also im Moment weiß ich jetzt nicht wie ich das jetzt hier wegstellen soll um das da wegzubekommen warte mal so normal das hat hier eher etwas mit den Kerzen zu tun aber da Ah. Oh, go, 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 go. Hi. Oh, go, go. Ich sehe dich, Jedi. Dein Tod wird ohne Bedeutung gesetzt. Du kommst nicht durch. Ich bleibe stark. Ich bleibe stark genug. Ich bleibe stark. Ich bleibe stark genug. Wir haben niemanden mehr für den Nahkampf. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was du stiehlst. Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Okay. Okay. Hier kann ich jetzt noch nichts machen. Okay. Ah, weitermal. Nein, 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 nein und tot. Okay. Wow. Okay. Wait, 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 wait. Okay. 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 Was haben wir denn jetzt hier? Zwei Punkte habe ich. Äh, ein Luftangriff in den Kerl, mit dem Gegner in seiner Nähe bei der Landung zurückstoßen kann. Ah, die ganze Tassenkommunikation, das merke ich mir doch alles gar nicht. Ja, das finde ich so nutzlos. Der Kerl kann nach einem Überkopf-Fieb einen weiteren mächtigen Angriff ausführen. So, warte mal. Sprint-Attacke über Kurs-Fieb. Okay, wir werden jetzt... Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich für's Zuschauen, was ihr gefunden habt. Daimchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.